Hallo und Willkommen zu ARK! Jaaaay! Komm dazu! Aaaaah! Wie nicktick! Ciao! Hiiii! So beleidigt weil er zweites genannt wurde. Ja, genau. Ah, ich seh hier gerade... Du siehst was? Du siehst was, das gut. Die Gläser? Sieht aber auch nicht blöd. Also, ich... Ja. Was mit die Gläser? Ah, mit die Gläser! Ich hatte es halt mal auf Doppel... also drüber auch noch was gemacht gehabt, aber das sieht irgendwie kacke aus. Ich kann mal gucken, ob ich noch welche habe. Da kann man ja auch ne Treibhaustür reinpacken, ne? Ja. Oder Gewächshaustür, ne? Ja. Das ist ein richtig cooler Ausgang zu ner Terrasse. Oh Gott, ich erinnere mich an was. Wenn ich jetzt noch eins drüber packe, sieht es so aus. Wo da oben war das denn? Ja gut, aber es sieht nicht so schön. Ja, hm. Dieser Balken, der da dicke Balken halt, ne? Ja, aber... Besser als offen, oder? Ich weiß nicht. Oder wir machen hier nochmal Stroh hin. Achso, das können wir natürlich auch machen, ja. Hätten wir zumindest ne dicken Balken nicht, ne? Ja. Ach, vielleicht mit Stroh ganz gut. Warum liegt ihr Stroh? Weil ich fecken will. Wir sind ja auf dem Bauernhof. Oh, achso. Warum klirrt's hier? Hier fällt Glas runter! Vorsicht! Nicht barfuß hier langlaufen! Sag mal, Tobi. Was ist denn der Plan für heute eigentlich? Hm? Der Plan ist, wie jedes Mal, Ausrüstung, Dino holen, die Bolas benutzen, die nicht gehen. Und vielleicht hat Tobi ja auch mal Lust, nicht als Singleplayer hier rumzurennen, sondern für uns alle mal die Ausrüstung zu machen. Gell, Tobi? Ciao, Tobi! Ich hatte die ganzen Items noch... Die ganzen Items noch gehabt, waren alle in der Kiste. So, in meiner Kiste. In meiner Kiste. In meiner Kiste. In meiner Kiste. So, ich guck mal zum Floß. Könnten wir ja mit unserem kleinen Dino losziehen und... Ja, dafür bräuchten wir halt die Pfeile und alles und so, ne? Da will grad ein bisschen Holz und Stein. Wie kann ich denn hier das Floß betätigen, hallo? Wir können ja ein Steuer stellen. Aber wofür wir halt losziehen? Weil wir's können. Nein, ich würd sagen, wir suchen uns, äh, diese Dinos. Die Fliegedinos. Das muss ja auch mal gemacht werden, dass wir hier irgendwo mal... Fuck, und das, wenn die... Ohhhh. Also wirklich, also ohne Bolas ist echt übel. Da müssen wir uns aber echt anstrengen. Wieso gehen die Bolas denn nicht? Was ist denn hier für ein Geficke schon wieder? Gehen sie immer noch nicht. Also ich hab sie jetzt noch nicht noch mal probiert, aber... Ich hatte jetzt gedacht, die gehen wieder nicht. Kann ich mir... Nee, ich brauch Leder. Mach mir mal kurz eine. Oder ist das noch die eine? Nee, ne? Sag mal, sind wir hier online gekommen und die Dodos haben nichts besseres zu tun gehabt, als erstmal Eier rauszudrücken, oder was? Na gut, so, wenn wir einen Oviraptor zähmen wollen, brauchen wir das doch. Ja, das stimmt. Brauchen wir wieder Fleisch, das Gefühl, ne? Wir fadern Stroh. Was haben wir? In... Fleisch. In einem Frühstück haben wir jetzt noch 16 Stück drinnen. Ich hab noch 16 im Inventar. Oh, ich hab gar keine. Sind alle schon... Alle vergammelt. Seh' ich grade. Das ist ja toll. Ist ja gut für Narko-Ding, ne? Was für Narko-Ding? Für die Narko-Ding. Ach, das Gammelfleisch. Definitiv. Stimmt, ja. Pack ich mal rein. Äh... Alter, die haben wir ja einen Stock weg für. Du bist unser Freund. Oh, wir haben übrigens 196 Narko. Ich dachte, das ist unser Freund, du Schlumpf. Ich seh' nur grade, wie er grad gestorben ist. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ein Freund, der uns nach oben bringt. Ja. Du Schlumpf. Es ist ja gar... Wo ist denn das ganze Leder hin? Ähm... Ein bisschen hab ich... Ach, in der Werkbank, glaub ich, ne? Huch. Kann sein. Ich glaube... Das hatten wir jetzt alles da oben gesammelt. Ich glaube... Aber wir haben 500 vergangen und das gleiche. Ein bisschen. Bin mal ganz kurz, ich mach mal eine Bohler. Guck mal, ob das jetzt geht. Ich hätt's an dem Obiraptor ausprobiert, aber der ist jetzt grad nicht mehr da. Oh, der ist leider gegangen, der musste schon. Der musste nach Hause, ne? Ähm... Narko-Bären brauchen wir, ne? Also ich hab 235 Narkosemittel, ich wollte jetzt grade mal die Pfeile machen. 235 hattest du bei dir gehabt oder schon aus dem Stößel geholt? Ja, aus dem Mörser. Ja, aus dem Mörser geholt. War nämlich auch richtig viel dabei. So, ich geh mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwo ein Dino finde, der mich nicht gleich zerhackt, wenn ich dementsprechend mal kurz ne Bohler auf ihn werfe. Viel Spaß. Ja, Nick, guck mal, komm mal her. Nein, hallo? Bin kein Dino. Ähm... Steinpfeile. Und die Narkosemittel stelle ich nochmal her. Feier, Stein. Das ist der Werkbank, da nehm ich mal 50. Transfer. Ja, ja. Wie alles hier so ein bisschen mau. Fasern und Stroh. Oh fuck. Alles so mau, ja? Nein, äh, oh fuck meinte ich nur von wegen, die hab ich nicht zurückgelegt, die hab ich. Ne, ne, geht schon. Geht? Achso, okay. Ich hab hier noch genug. Die hatte ich vergessen zurückzulegen, weil ich mir kurz die Bohler gebaut hab. Ne, ne, hier ist immer noch mau, also hier oben... Geh ich grade. Echt gar keinen. Hm. Echt? Das ist wirklich ein bisschen mau. Hallo. Feuer, Stein, nehmen wir doch noch 150. Äh, ne, das ist so ein Krallenvieh, das lass ich mal Stroh. Lieber mal in Ruhe. Stein, Mensch. Kommt ja aus Beetlejuice mal raus. Ähm, hm, hm. Alter, hier ist wirklich nichts. Jetzt. Außer da hinten dieses riesen Krallenvieh, aber das... Lassen wir mal da stehen. Vertraust du etwa deiner Bohler nicht? Äh, da weiß ich, dass es nicht funktioniert. Ein befruchtetes Dodo-Ei liegt hier einfach so. Ist es. Guten Hunger. Wie viele Dodo sind's denn bis jetzt schon? Die haben's nicht vermehrt, wir haben's ja unterbunden. Ach so, sehr gut. Kommt das befruchtete Ei dahin? Warte mal. Warte mal. Ich wollte... Ich rate nur, es ist wirklich gegessen, ja? Ich wollte es wirklich so aus Scherz ja irgendwo ans Feuer legen, damit's ausgebrütet wird, damit wir wieder genervt sind, ja? Aber ich hab's gegessen. Ja, schade. Ach schön, ja. Du, steht jetzt nochmal über 200 Narkosemittel hier. Wie schnell gehen die denn durch? Nice. Wo esse ich denn nochmal? Das war die Fackel. Das war das. Das war der Schlauch. Das war gar nix. Das war Essen. Wunderbar. Aha, toll! Wie? Wird grad Parasaurolophus und was macht das... Ja, das Krallenvieh? Nee, doch nicht. Hat den doch nicht gekrallt. Ich dachte, er hätte jetzt genau den gekrallt, aber nein. War ein anderer wohl. Ich hab auch nochmal verdorbenes Fleisch reingetan. Und jetzt stell ich mal Betäubungspfeile her, ne? Jupp. Äh! Okay, da war ein Parasaurus. An dem versuch ich das mal. Ah! Äh, okay. Ich kann's auch an dem Raptor hier versuchen, der mich gerade angreift. Hm. Hm. Pino steht hier. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Okay, ich liege. Ich bin tot. Wo bist du denn? Ja, äh, äh, er regt mich zu Boden. Aber wo genau bist du? Wir hätten dir helfen können. Ja, äh, jetzt bin ich... Ich hab ihn gerade gekillt. War doch nicht so stark, wie ich dachte. Oh Gott. Wir kommen dann wieder zurück. Also die Bolas funktionieren leider immer noch nicht. Hm. Ich hab definitiv durch den Raptor durchgeworfen. Also... Ich hab ihn getroffen. Also ich hätte ihn getroffen. Das ist echt komisch, oder? Hm. Auf was wollen wir... Ja? Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass wir, ähm, die Ressourcen so hochgepusht haben. Oh nein. Quatsch. Auf was sollen wir denn unseren Beetle-Chooster machen? Äh, beim Hochleveln? Mhm. Vielleicht auf Bewegungsgeschwindigkeit? Tja. Er ist doch ein wenig... ...gemächlich. Ja, das mal so vorsichtig nennen, ja. Dann würde ich nämlich bei ihm ins Inventar schon mal so die... ...n bissl Holz, ein bissl Stroh so reinpacken. Damit falls was kaputt geht und wir irgendwo sind, wo es nix gibt... ...das wir da rausnehmen können. Ja klar. Gute Idee. Zum Beispiel aus Serfino... ...aus dem Lagerfeuer vielleicht nicht. Aus der Werkbank... ...nicht. Aber aus der Holzkiste vielleicht... ...auch nicht. Ich komm mal wieder zurück. Also, wie gesagt, leider geht's halt immer noch nicht. Also müssen wir auf jeden Fall mit den... ...Armenbrüsten dann ziemlich gut schieten. Du hast ne Armenbrust? Wir treffen. Hm? Du hast ne Armenbrust? Äh, ne. Aber ich dachte wir hätten ne Armenbrust, okay. Also, auch mit den Pfeilen und Bögen müssten wir dann... ...Mit Pfeilen und Bögen müssten wir dann gut treffen. Ja. Oh. Grilled Ape. Ach, bin ich blöd. Will nix hören. Stroh. Mein Hut ist kaputt. Toll. So, ich hab noch ein bisschen Fleisch reingepackt. So, Beetlejuice. So, ich pack die Fasern und die... ...Stroh wieder zurück. So, ein paar Steine habe ich hier noch. Holz. Hm, auch noch, super. Und, äh, Leder hab ich noch ein bisschen. Huch! Was brauchen wir denn noch? Soll ich auch Steine mitnehmen? Ich habe jetzt Holz, Fasern, Stroh und Feuerstein jetzt in dem Ding drin. Ich denke, das müsste eigentlich reichen. Ich denke auch, ne? Aber wie gesagt, ich schätze einfach mal, dass es reichen müsste. Wir hatten hier seine Lederhose reingelegt. Könnte ich gewissen sein. Hä? Wieso bringen jetzt die Tür zu? Okay, ich frage nicht. Was macht denn der Affe da? Ich nehme ein paar Stimbeeren mit. Vorsichtshalber. Da war was, ja? Ach ja. Ich will mal ganz kurz mein Wasserschläuchle. Im Schrank sind welche drin. Wasserschläuchle? Nö, Stimbeeren. Nö, joh. Was sagt das Essen? Doch so viel, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, anscheinend nicht sehr viel. Mein Gott. Na gut, dann gucke ich mal. Äh, soll ich noch mehr Pfeile machen? Was heißt denn mehr? Wie viel hast du denn? 100 und 172... Ne, warte, lass mich nicht lügen, warte. Ich habe 87 Narkosepfeile und 14 normale Pfeile. Ich habe 64 normale und 172 Narkose. Vielleicht so, dass jeder 100 Narkosepfeile hat? Also ich habe 32 normale. Gut, ja, deswegen. Also dann können wir ja schon mal... Ich habe die Narkosepfeile immer wieder zurückgelegt in den Schrank. Da sind sie aber wahrscheinlich nicht mehr drin, ne? Das weiß ich nicht, ob die da noch... Nope. Also ich bräuchte auf jeden Fall vielleicht noch ein paar normale Pfeile und Narkose auf jeden Fall einige. Ja. So, dass jeder 100 hat oder so? 100 von jedem nehme ich mal an, ja. Noch genug was hoffen. Ich mache nochmal normale Pfeile. Dann mache ich noch die letzten Narkosepfeile, auch für dich, René. Jo. Ich mache doch kurz die Fenster zu, dass hier keiner reinkommt. Die Hausmutti, da ist sie wieder. Ja, ja. Wart mal ab und irgendwann, wenn wir dann hier wiederkommen, sitzt hier ein T-Rex im Haus. Na ja. Na gut, wahrscheinlich wird er eher durch die Lücke oben gekrochen sein, als durch die Fenster, aber es ist egal. Es geht ums Prinzip. Genau. Es ist halt ein Mini-T-Rex. Und Yoshi, weißt du? Mhm. Mhm. Wo ist die Affen? Was? Ja, das wäre jetzt gar nicht mal so, also... Was? Ja gut, okay, das mit den Geburten, das war echt... Irgendwie... Da haben sich die Affen echt nicht angestrengt. Da hätten sie besser hinkriegt. Nee, gar nicht, ja. Hätten sie aufpassen müssen. Die Eltern des Jahres wären die nicht. Nö. Ganz armselig. Damals! Damals, als wir noch jung waren. Eins, zwei, drei, vier... Da konnten wir noch zählen. Oh, hier sind auch noch. Achso, im Schrank. Du hast schon Stimmbären genommen. Ich hab schon den Stimmbären genommen. Hier, Achtung. Ja. Abdur Klaus has arrived. Okay, schnappt euch die Schwerter, den Kinder. Hier, fallen lassen, hier. 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 Dankeschön. Ha, 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 hallo. Wo soll hier ein Santa Claus sein? Warte, ich stand da gerade. Das war doch dieses, ho, 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 ho. Raptor Klaus has arrived. Ist nicht bescheuert. Muss man jetzt alles mit Weihnachten machen. So. Kein, ich husch hier gleich ein Raptor durch die... Auf dem Schlitten hier. Über die Welt. Also, was hast du mir jetzt eigentlich gegeben? Ach ja, okay. Betäubungspfeile, das ist gut. Mach ich mir noch schnell noch ein paar normale Pfeile. So. Ich hab zwar 32, aber... Oh, lieber. Wisch. Der Raptor Klaus, ja. Wird über uns sein. An der Oberfläche. Wir werden den niemals zu Gesicht bekommen. Oh. Das bedauere ich ja fast zutiefst. Ich schon ein bisschen. Krasern, Feuerstein, Stroh, okay. Krasern. Feuerstein. Stroh. Okay, war umgekehrt. So, Betäubungspfeile hab ich dann. Ich hab noch Narkosemittel dabei, falls die uns ausgehen. Ja, deswegen wär ganz gut, auf jeden Fall viele normale Pfeile zu haben, um dann halt... Ja. ... dann wieder Narkosepfeile draus zu machen. Mach mir grad welche. Bin gleich soweit. Ich hab jetzt von jedem 100. Ja, me too. Okay, da hab ich von einem 100, hab ich 132 jetzt, aber... Nee, ich hab 84 von den Strohpfeilen nur. Dann kann ich dir ein paar abgeben, dann. Na ja, dann können wir es so teilen. Wow. Mach ich auf die 100 runter und du auf die 100 hoch. Super. Das ist doch originell. Originalistis. Okay, Inventar so gut wie leer. Gewichtstechnisch. Achso, na, warte. Viel mitnehmen können. So, ich hab noch Pfeile und ich hab... Achso, woraus ist denn eigentlich die Chitin-Rüstung gemacht? Aus Chitin. Jaja. Und? Und? Nicht nur aus Chitin. Nee. Ja, na. Mal gucken, wo sie ist. Ah! Hä? So denn? Ach. Kann man hier gar nicht machen. So, leck ich hier. So, Nick, wo bist du? Ich bin draußen am Wasser und trink noch... Weißt du mal ganz kurz die normalen Pfeile vor die Füße? Chitin, Leder und Fasern. Halt! Nick! Wir könnten noch zwei Paar Handschuhe herstellen. So, kommt er jetzt. So. Okay. Wer kommt? Also zweimal Handschuhe könnten wir herstellen. Ah, okay, dann nutze ich's nicht. Okay. Wir gucken, dass wir Chitin finden. Jo. Hey! Geht los, hat jemand Essen dabei? Wer steuert? Ich hab 13 Fleisch dabei. Äh, ich hab 11. Oh, und ich hab ne Level ab. Ich hab 9, aber das geht schon. Wohin wollen wir denn? Wollen wir nach links? Ich nehme noch 15 mit. Oder wollen wir nach rechts? Also wenn wir nach rechts gehen, da wartet auf jeden Fall so ein Vogelfieh. Da waren wir ja schon relativ weit, bis wir den Raptor, glaube ich, gezähnt haben. Gucken wir doch mal lieber, was links ist. Warte mal, wir sind auch mit leicht. Weiß worum. Halt, Tobi. Der Bus wartet nicht. Ach, ein Hüpfer? Hier wird auch schon jemand ungeduldig. Das hab ich nicht gemacht. Das weiß ich, ich bin da. Ich kann jetzt Granaten machen, toll, ne? Bum, ba, bum, ba, bum, bum, bum. Bum, ba, bum, 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 bum. Oh, das backelt aber. Oh, nein, jetzt aber. Hat der gerade den Algurt. Also für den Fall, falls ich auf den Schoß kotze, weiß es geschafft. Warten wir kurz. Ja. Wurz uns was gucken. Ja. Alter, was hast du denn für ein Schwert? Okay, das geht nicht. Kann es weitergehen. Was ist das denn für ein? Skin. Achso, Skin, hast du. Verzeugen, meinst du nur so olle aus? Ich bin, was man immer beim Tod kriegt. Beim Tod. Und die Skin, die du halt immer dann hast. Echt? Auch cool. Wohin genau wollt ihr dann? Naja, wir versuchen ja den Ausgang zu finden, ne? Irgendwie an die Oberfläche. Dann wäre es vielleicht ganz gut. Irgendwie versuchen bergauf oder irgendwie so. Also da oben war ich und da ging es aber nicht mehr groß weiter links. Ganz gut. So, das ist ein Schwein. Äh, links sehe ich nicht, sehe nur rechts. Ich sitze ja rechts, links sehe ich nichts. Warte. Ah, okay. Ja, da geht es ja rüber, ne? Das ist diese Brücke da hinten, ne? Und über diesen Fluss drüber kommt, wo wir das Lager aufgeschlagen haben. Genau, genau. Und da war ich ganz oben. Ganz, ganz oben. Laut Karte müssen wir im Prinzip rechts lang. Wir wollen auch rechts lang. Ist hier rechts? Ja. Weiter rechts. Folgen Sie dem Weg. Oh, was ist das? Irgendwie in die Richtung, ja. Wir sind... Die Erde beamt. Dreiwettertaft. Achtung, da ist ein Raptor hinter uns. Eins, zwei, drei, Raptor. Ciao. Machst du platt? Die werden doch wohl gehen, oder? Schwanzschlag oder so? Schwanzen, ja, äh, schwanzen. Schwanzen mal. Schwanzen mal, na los. Der hat keinen Schwanz. Die greifen dich durch an. Aber... Ein Stück auf einmal. Aber was soll ich denn machen? Die anstrengen. Ja, es geht doch nicht. Und falls müssen wir aussteigen und selber ein bisschen mitmischen. Ich kann doch nicht das Level sehen. Oh, da fällt ein Baum auf. Warte mal. Ja, ich... 13 und 77. Und 13. 13, 13, 70. Der 77er, der könnte dir echt den Arsch aufreißen. Alter, ich kann... Ich komm hier nur nicht mal... Was ist denn das? Die gehen nicht... Die gehen nicht. Ich bin nicht bewegen. Kriegst du dich? Wo? Der kann nicht kämpfen. Ja, wir haben sie vertrieben. Tatsächlich, wir haben sie echt vertrieben. Nee, da kommt er wieder. Das war der 77er, oder? Warte, lass mal Inventar öffnen hier. Ich glaub, dem geht's grad nicht so gut. Ich schau mal kurz. Benommenheit steigt, aber die sinkt auch gerade wieder. Achtung, da hinten hat sich grad was bewegt. Ich weiß nicht, ob das ein Raptor war. Weil zwei sind ja noch da. Mhm. War 13er, aber... Der kann nur das da. Also er kann nur von vorne, okay. Ja, und wenn die halt am Arsch kleben, dann wird's blöd. Ja. Hat er viel Gesundheit verloren? Nee. Wirkt irgendwie auch gar nicht, als ob sie den angegriffen haben. Ja, doch, das schon. Ja, oder? Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel runtergehe, könnte ich auf dem Schwanz hier gucken. Aber dann greifen wir vielleicht den Dino an. Ist ja auch doof. Oh. Hallo? Oh, gut, weiter. So. Will er denn auf der anderen Seite? Ah. Nee. Nee. Piep. 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 Hallo, dreh doch mal um. Oh, das ist los. Warum will ich ja nicht einsetzen? Das geht auch. Jetzt seh ich mehr. Oh, ich rutsche und dann weg ein bisschen. Und da ist ein... Ach nee, das ist schon gut. Das ist nur ein ganz normaler Trize. Weg da. Aber einfach über einen Haufen rennen, finde ich gut. Ah ja. Hier rechts geht's wieder runter. Was ist denn das da? Es leuchtet zu hell. Achso, ich hab ja... Ach Mensch, ich hab doch einen... ...Bernglas. Tja. Das ist nur ein... Wow. Da, 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 da. Ein Flugdino. Wo? Ach da. Oh ja, sogar ein richtiger. Also, äh... Äh... Ja, der fliegt über Wasser. Das ist, das ist so ein, äh... Das ist so ein Tam-Tam-Ding. Tam... Äh, wie heißen die? Oh, der, der große. Der Toraya. Der, der... Der zwei machen kann. Also nicht der Quechse. So, ich geh mal runter. Äh... Betäubungspfeile, oder? Ja, klar. Wie klar nichts. So, ich seh Tobi. Auch Tobi ist schon unten. Komm, der runter. Hier. Ja, ja, ja. Betäubungspfeile. Oh, das war aber knapp eben. Vielleicht sollten wir zeitgleich... Zeitgleich. Wir müssen es mal treffen. Ach, da. Ja. Tobijara ist das. Ich muss mal kurz, kurz die Feier wechseln. Hat ihn schon jemand getroffen? Nein. Jetzt. Jetzt hat mir jemand getroffen. Ich hab ihn getroffen, ja. Äh... Tschau. So. Woh! Da kann man wohl nichts. Ob der wiederkommt? Hm. Ob er wiederkommt? Hahaha. Nein! Ob auch nicht. Piep, piep, piep. Mag mal jemand anders? Was ist das? Piep, piep, piep? Fahren. Mö, mach's doch schon. Läuft. Na, okay, ich versuch's mal. Ich frage jetzt halt, wohin, ne? Warte, Tobi ist noch... Doch. So noch. Äh... Äh... Wenn der jetzt abstürzt, das ist deine Schuld. Das ist dir klar. Deswegen wolltest du den wechseln, ja? Nein. Baum. Wo? Hier ist kein Baum. Okay. Daddel daddam, daddel daddam, daddel daddam. Huuu! Irgendjemand hat grad'n Level? Hm? Ach, der Dino. Warte, ich mach's mal. Ja. Gleich wieder auf Dingenskirchen, ne? Auf Tempo. Ja, da freut sich der Kleine. Da freut sich der Kleine. Mann bist du. So. Aber hier ist... Hier geht's weiter. Äh, hier geht's nicht weiter. Hier ist Kacke. Ne, ne. Das ist Metall. Na, hier geht's halt nicht weiter. Ach so. Ach so. Hier ist Kacke. Also vom... Oh, ja. Ja, ja. Echt? Muss man vielleicht zu diesem Turm müssen? Vielleicht bin ich auch falsch abgebogen dann da oben. Ja, noch mal... Dann können wir auch mal andersrum noch mal laufen. Ja, Kriazimo. Da unten. Die Fahrkarten, bitte. Wo ist denn da? Metall. Geh weg. Warte. Hopp. Ganz okay, schnell. Ich muss auch... Ich warte vielleicht auch mal ein bisschen. Der ist ein bisschen kaputt. Verpüste. Verstehe ich gar nicht. Verstehe ich auch nicht. Weil sie immer nicht so haben. Wie so ein kleines Häschen springt er durch die Wälder. Bricht sich's Bein. Kommt nicht mehr hoch. Stirbt verreckt elendig. Also wenn wir jetzt da geradeaus weiter, dann müssten wir da hinkommen, wo zumindest der Tapajaya abgehauen ist. Ob der da noch irgendwo ist. Na, ich glaub wirklich, dass wir weiter hoch müssten auf die andere Seite von... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Paroom! Oh Gott. Wenn der uns jetzt angreift. Kann uns nicht angreifen. Oh, ich glaub da hinten sind Ruin. Da ist ein Vogelfee. Wo? Ach nee, ist ein Fino. Vergiss es. Was das gleiche ist. Ja. Oh Gott, sind die Kombis winzig. 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 Mein Spike. Boah. Ach nee, es sind doch keine Ruinen. Das sah hier so aus wie Ruinen. Wollen wir da hoch? Ja. Okay, gehen jetzt zum Ruin. Oder nee, warte mal, da warst du ja jetzt hoch. Ja, aber wir gehen einfach noch mal gucken. Ich bin mir da jetzt auch nicht mehr so... Okay. Sicher. Ganz kurz ein bisschen Energie laden. So, jetzt geht's weiter. Wahrscheinlich, wenn wir die Brücke rübergehen, dann kracht die Brücke zusammen. Was schön ist hier, ne? Ja. Guck mal, gotcha. Yay. Gotcha, get them all. Okay. Ja, ist er wirklich fix unterwegs. Halleluja. Ja. Mal ganz kurz... ...Ständchen. So. Halleluja. Sollst ihn nicht vertreiben. Entschuldigung. Äh, da warst du jetzt hoch, ne? Die Schräge hoch, oder? Ich bin... Äh... Aber ich hab auch nichts gefunden, aber ich war auch nicht ganz oben, also... Ich weiß, das hätt ich gesagt immer. Also rechts oder links? Ich glaub, ich bin auch rechts rund... Aber lauf mal rechts runter jetzt einfach. Okay. Weil... Da geht's ja definitiv nicht weiter. Ich glaub nämlich, auf der Karte sieht so aus, dass dann da oben... ...schön ist. Ach so. Ja, schön. Oh, guck doch oben, Tobi. Guck noch oben. Ja, der Himmel. Vielleicht siehst du ja, äh, Raptor Klaus. Raptor Klaus. Oh, hier ist gar nichts. Naja, ich renne gleich weiter. Ich muss erst mal kurz ein bisschen... Ja, ja, ich guck nur, was hier so ist. Oh, was ist denn das? Ist das ein Eingang? Ist das ein Tor? Ist das... Einfach nur Gestein. Was soll man hochschwimmen? Ob das geht? Bababam. Babo, achso, oder soll ich hier jetzt links runter? Guck mal da oben, da ist ein Dino. Zwei Dinos mit Hörnern. Das werden wahrscheinlich Trizis sein. Oder? Da, man sieht nur... Da kommt jetzt ein Fino hier. Doch, das sind drei... Drei Trizis. Ach, da oben. Ich glaub, man muss hier so einen Rundgang gehen. Geradeaus. Geradeaus, ja. Okay. Kein Harno. War ja noch nicht. Ja, ich auch nicht. Abgenommen dafür. Oh, okay. Schlecht aus? Oder sollen wir mal springen? Oh Gott. Äh. Stell mal kurz ab. Wir wollen nicht springen. Oh. Oh, guck mal hier, wie wendlich ich bin. Fast drehen auf der Stelle. Warte, Tobi ist abgestiegen. Warte. Ja, ja. Ich wollte nur erstmal hier von dem Stein runter. Was ist denn? Ach, der muss mal. Wo hat er da aus? Hmhm. Vorsicht. Demma! Nix zu erkennen. Nee, ne. Mir fällt gerade ein, kann mal jemand ins Inventar von dem Knirchen gucken? Nicht, dass ich... Oh, okay. Nicht, dass ich... Nicht, dass ich, äh... die ganze Zeit hier den mit Holz befülle und irgendwann kann der nicht mehr. Masseg Platz hat er noch, der Gutsch da. Aber Holz, hat er jetzt Holz drin, oder? 308. Okay, also er wirft sie nicht nur um, er sammelt es auch, okay. Woi! Na, was der kann. Also hier jetzt rechts runter, ja? Ja, würde ich sagen, oder? Wobei, ich weiß halt nicht, ob das jetzt eine Schlucht ist. Na, gucken wir mal. Oh, was ist denn das da? Das sieht aus wie ein Tor. Also nur ein Tor. Also jetzt, ohne dass es rausgeht, aber ein Tor. Dö-dö-dö-dö-dö-dö. Die Freiheit ruft. Wollen wir erstmal ausruhen. KABONENIS. KABONENIS. KABONENIS, hinter vorne. Mit diesem dicke Panzer. Schildkröten. Ah. Okay, jetzt haben wir hier ein Tor gefunden. Ja. Immer noch drin. Ja. Das ist so wie doof. Was haben wir hier? So, ein Vieh. Oh, da hinten. Achtung, was ist das? Oder ist ein Raptor? Ein Delafaux. 55. Delafaux-Saurus ist kein Raptor. Das hat auch kleine Patschehändchen. Natürlich ist ein Raptor. Da hinten blitzt was. Wo blitzt es? So. Darunter oder einmal umdrehen und darunter? Ach, wir sind durchs Tor jetzt schon durch. Ja. Siehst du das nicht? Wir sind doch draußen. Was ist das denn? Warte mal. Was denn gott schon. Ach, ist doch kacke. Ich würde rechts. Ich würde auch rechts. Also geradeaus. Rechts? Was? Rechts. Also soll ich mich jetzt rumdrehen oder soll ich nach vorne rumdrehen? Rechts drehen. Rechts drehen. Dann geht's geradeaus. Also einmal rumdrehen, okay. Ich würde sagen, wenn ich nach rechts gegangen wäre, da wäre nur Wald gewesen. Wäre doch nicht mal ein Weg gewesen. Rechts vom Tor aus. Ach, vom Tor aus. Nein, nein. Oh, da ist der Raptor. Da folgt uns der Raptor. Nö. Oh, da vorne ist ein Kanu. Glaube ich. Vor uns. Ähm, wenn du wackelst, ja, das ist ein Kanu. Der kämpft aber gerade mit. Ja, und direkt da vorne sind zwei Raptoren. Raptor 13, Raptor 27, das geht. Ein Kanu, der gegen zwei andere Viecher kämpft. Der ist tot, der ist tot, der Kanu ist tot. Ich wechsle mal die Pfeile kurz. Wie sollen wir denn hier weiter? Ja, ne? Ich gehe einfach mal weiter. Ja. Raptor-Fleisch. Was ist denn hier oben? Kriegt der das hin? Oh, ein Raptor. Äh. Kommt nicht näher ran, ihr kommt nicht näher ran. Oh, ich habe aber auch keinen Schaden, so wie es aussieht. Nee. Jetzt. Ich habe auch keinen Schaden, so wie es aussieht. Oh, das war unser Dino. Oh, das war auch unser Dino. Halt doch mal auf unser Dino Platz zu machen. Ich guck mal schnell an, wie es denn geht. Schnell, schnapp die Schneidchen, schnell! Schieß drauf! Ehe ihr es frisst, dann ist er wieder heile. Oder geht mit dem Schwert drauf. Oh nein, das sind die Dinger, die scheiße werfen. In blau. Hübsch. Oh nein, ich habe eine Stimmbäre gegessen. Da bin wir durch hier. Zack. Ja, die Frage ist jetzt wohl lang, ne? Da ist noch ein Tor. Hören wir nochmal durch? Wohl, das wirkt eher so von wegen, dass das dann eh gleich zu Ende ist. Na, da geht es aber weiter. Nach oben raus dürfte es nicht weitergehen, weil da ist die Karte zu Ende. Ja, nach oben weiß ich ja nicht, also. Weil ich die Karte nicht habe. Wir hängen. Oh, Steine kriege ich nicht. Ich kann nur einen Kopf reinstecken, toll. Ohhhh. Muss man Wasser auffüllen. Ja. Oh, hier ist auch eine schöne Bleibe. Wollen wir hier eine Lager bauen? Das ist aber echt schön hier. Füll mal Lager auf. Äh, Wasser. Oh, und zwar, die Lofos greifen jetzt den... Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Den, äh... Rodokus an. So. Okay. Warte. Ich muss mal kurz wieder richtig hinstellen, da oben drauf. So. Jetzt. Kann ich, ja? Ja. Dadel dadam, dadel dadam, dadel dadam. Dadadadam. Oh, was ist denn da vorne für den Ausgang? Wo jetzt? Rechts oder links? Hm, ich guck gerade, warte, da. Oder ist das nur... Ah, ist doch blöd hier oben. Hier, june Scheiße. Da unten sind Raptoren, so. Wo denn? Da unten ist einer. Ah, tappetappetappetabijaya. Ich schleich mich mal an. Ja. Oh nein. Hallo? Uh? Ist er dem Fall gelandt? Ja, einer auch. So, der kommt auf uns zu. Der Raptor, meine ich. Achso. Oder? Vor mir. Was ist denn das für einer? Oh, der Raptor gleich. Oh, der Raptor gleich. Toll. Oh, mach doch endlich mal was hier. Mein Bogen ist kaputt gegangen. Oh. Er haut vor Tobia. Nein, mach den Platz. Ich... Ich komme. Ich kann nicht, also... Warum nicht? Weil mein Bogen platt ist. Tot. Ich dachte, er wäre tot. So, Tappetabijaya ist noch da. Wartet bitte kurz. Ich muss kurz meinen Bogen... Ja, ich komme. Ich bin auch ausgerüstet. Warum steckt bei mir ein Pfeil? Okay. Schleichen. Nicht laufen. Schleichen. Schleichen. Wenn ihr wartet, können wir dreimal ein Pfeil setzen. Wenn ihr nicht wartet, dann nur zweimal. Dann... Wir warten ja. Jetzt kommt wahrscheinlich Nick mit dem Diplodocus. Wartet auf mich! Bumm bum 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 bum. Oh, er kommt näher. Also nicht nur Nick, der Tappetabijaya. Wie setze ich mich denn so? Wollen wir weiterschleichen? Oh Gott, das ist ein Level 79er. Ah. Okay, wir müssen... Bollas kannst du's knicken, ey. Warum kennen die scheiß Bollas nicht? Bobby! Ja? Wir haben's aufgegeben. Ah, warum denn? Weil er definitiv schneller fliegen kann, als wir laufen. Ah, Gott. Hab ich gelesen. Was hast du gemacht? Ich wollte mich jetzt auch mal in die Mitte stellen. Ich muss noch mal raus? Ja, ja, ja. Du bist dann weitergegangen. Das ist schon. Ja. Erstmal voll auf den Dino gekackt, oder was? Ja, ja. Warum nicht? Hält besser. Ich glaube, du hängst einem die... Parasaurolofus, ja. Ja. Oh, hier unten ist ein Sumpf. Oh, wow. Siehst du den Kleinen da hinten? Das ist der kleine Tobi. Okay, ich denk's mir auch gerade. Ist das der Tobi? Oh, guck mal, hier rechts, rechts, rechts. Äh, links, Entschuldigung. Links ist eine Höhle. Also wirklich eine Höhle. Hinter dem großen Stein. Ja, warte. Ich guck gerade. Aber ich... Ja, wir können ja mal gucken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das... Also ein Ausgang wird's nicht sein, aber auf jeden Fall ist es eine Höhle. Also sah so aus wie eine Höhle. Also ich hätte mich ja angeschlichen. Fuck, ist das ne... Das ist ja wirklich ne Höhle. Meinst du, das Dickerchen kommt da rein? Hm. Frage, ob er angegriffen wird. Äh, warte, warte, bleib mal stehen. Meinst du wirklich, das ist ne gute Idee? Wir können den nämlich nicht drehen. Mit dem Vieh. Peep. 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 Weil wenn uns wirklich einer von vorne attackiert, dann haben wir ein Problem. Der ist nicht so schnell wieder zurück. Hm. Die auch mal ein bisschen. Huah. Da vorne kann man doch drehen. Na gut, du kannst mal ausprobieren. Das sah hier sehr eng aus. Huah. Oh, wartet, wartet, wartet. Was's up. Ein Yuto. So, wo ist ein... Noch einer. Ein Rex, männlich. Oh, fuck. Oh ja, sehe ich gerade. Sehr toll, liebe Sonne. Ja, äh, dann dreh mal. Alles klar, es klappt aber zumindest das Dreh. Vier, vier von den Sinus. Ja, ciao. Tschüss, schön war's. 11 bis 77. Und den 11er können wir uns ja schnappen. Warte doch mal auf den Tobi, Mensch. Ja. Warte halt. Okay. Also von meiner Seite aus, ja. Ja. Oh, falsche Richtung. Das ist so cool, wie alles sich bewegt, nur man selber steht da. Ja. Aus einem Felsen, man bewegt sich nicht im geringsten. Oh, warte, halt, stopp, 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 stopp. Äh, Explorer Note. Oh. Ja. Äh, folgend Ende? Gott. Ciao. Auf zur nächsten. Ciao.